Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamer. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Infinity Kingdom. Viel Spaß! Und da sind wir schon wieder. Jetzt geht es los. Könnt ihr ja gleich wie gestern alles einsammeln, trainieren. Nimm. Hände ich. Die Fortschritte Fünf Einkäufe muss ich machen, eins, zwei, drei, vier, oh, dann wäre die klein. Und der ist schon wieder da, ich habe es noch gestern gesagt, vielleicht bis in einem Monat. Boah, voll wenig Geld jetzt. Okay. 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 das war gemacht so, dann habe ich ja soweit alle Punkte Gegenstände, was habe ich denn da noch? Ok da ist noch ein guter punkt wo ist der start am 27 vierten es ist heute um 0 Uhr heraus er hat dann wenigstens kampfkraft deswegen greife ich ihn an ich denke mal wo ist der start nichts wird unser feuer das ist mein kreis dann die noch das sind meine stärksten das sind Ich werde ohne weg bleiben. 1, 2, 3, 2 1. 2. 2. 1. 2. 2. Nee, das sagt gar nichts zu sagen. Woher weiß ich, dass der schon da drin ist oder nicht? Das ist ja auch noch mal grün rein, oder? Wenn ich denn eine habe. Blitz, Feuer, Wasser, Blitz. Feuer, Wasser, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Oh, jetzt geht's. Hat die Frau auch da draufgetrückt? Ich weiß es nicht. 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 Die Kampfkraft ist 17.000 Oh der hat 3 verschiedene Drachen, das ist ja cool Sooo, ah den könnte ich besiegen Die Kampfkraft gegen die Drachen ist ja Oh, du gehst! Oh, du gehst! Glückwunsch, ein Sieg. Ein Sieg, ein Sieg. Ein Sieg. Verloren. Okay. Wie viele Kämpfe muss ich hier noch machen? Was ist das? 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 Amit. Was ist das? Du 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 Okay Ja Das war der Sieg Jetzt äh Noch vier Kämpfe Den würden wir wahrscheinlich besiegen können Ich denke auch nicht mal den Drachen, dass ich mal Noch nicht mal den Drachen abdrehen Boah, nein Dann, wenn wir hier einmal verlieren Beste Impezierung Beste 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 die regionale liga auf welchem platz bin ich da das ist ja schon mal sie doch ist aber auch für blühter blühter da gibt es nur genau Der letzte Kampf ist das. So, hab ich die Regionale Liga geschafft. Ich fahle ja. Ja. Ich spiel auf das. Gleich halb. Hm. So läuft. Okay. Kommt jetzt die Auswertung oder kommt die Machen erst? Rang. Ich bin auf Platz 536. Okay. Hm. Hm. Hätte ich vielleicht von erstmal Leute aus wussten, was ich jetzt eigentlich mache. Und so wieder einen neuen K-K-K-K-K-K-K. Der einen Sterblichen. Blitz. Da hinten ist er. Okay. So. Schauen wir mal. Silbererz. Habe ich. Okay. Zack. Rinderwit. Und hier. Golderz. Habe ich. Rinderwit. Den habe ich auch schon. Okay. Da ist der Nächste. Und boost. Pa 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 pa. Alles aktivieren. Hier. Hier fehlt mir. Ein Silbererz. Da ist er. Hier unten fällt mir ein. Singulärer Staub. Aktivieren. Und der nächste boost. Alles aktivieren. Für mir hier. Popo Jasmin. Kann ich hier holen. Nochmal. Das ist die. Aktivieren. Hier brauche ich. Wieder Silbererz. Habe ich gekriegt. So. Hier brauche ich. Golderz dreimal. Zweimal. Dreimal. 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 Und hier brauche ich. Den Ölandwolf. Da ist er. Auch den haben wir. Und wieder geboostert. Silbererz. Krass. Da. Hier haben wir. Opal. Ok. Haben wir auch. Popo Jasmin. Haben wir. Auch im Gras. Komm ich nicht ran. Efeu auch nicht. Gut. Dann sind wir mit dem fertig. Und gehen jetzt hier rüber. Zu. Schneewittchen. Ne. Rotkäppchen. Efeu. Und. Auch. Krass. Beides nix für mich. Oh. Hier haben wir alle schon. Silbererz. Mein letzter Kamm. Ja. Silbererz war dabei. Schönen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Oder. Oh. Hier verwendet. Da habe ich zwei von. Schönen. Opal. Da. Haben wir. Aktivieren. Hier haben wir noch. Ölandwolf. Zahlen. Äh. Nicht gekriegt. Dann einfach so aktivieren. Wenn auch was. Frei ist. Das war's. Ich glaube ich werde mal hier unten den aufleveln. an. Ah. Tja. Machen wir mal Level 10 rein. Hier und das gleiche. Ne. 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 Wie auch das gleiche. Ja, lang lebe der König. Wow. Ja. Ja. Denne mal. Blugarunga? Ich habe einen Tränen. 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 Ja, und du mir? Das ist nicht cool. Seidowitska? Ah ne, ich glaub ich krieg kein volles Leben mehr. Okay. Hier, was ist denn hier? Tauschen? 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 Schau. aber diese fünfmal und abholen Endlos Jawoll. Mh, mach mal, mach mal. Schon mehr dahin. Immer zur gleichen Stelle, ja. Jetzt muss ich mal kurz meine Truppe neu einstellen. Ich werde hier jetzt mal eine Wassertruppe machen, damit ich den Kampfbonus kriege. Mit Wasser. Wasser. Meine Drache ist ja auch Wasser. Besser kämpfen, als die Hoffnung verlieren. Genau. Ah, hier Mulan. Sag ich mal Mulan. Tomoe. Tomoe. Das ist doch Tomoe. Bestätigen. Okay, alles Wasser. Und hier mache ich dann die Starken rein. Also einmal Caesar kommt da rein. Einmal der König. Die Opatra. Und. Und. Nahkämpfer. Nahkämpfer. Und denk. Und. 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 jetzt. Und. noch stärker geworden. Und. 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 Weil ich die nicht aufgestellt habe. Ja. Ich muss noch Sachen hier haben. So, so. Das hab ich ja gestern auch beinahe vergessen. Was ist das? So weit bin ich noch nicht. Gut. Was ist das? So weit bin ich noch nicht. Gut. Und hier der letzte. Aber das ist auch geschaffen. Und jetzt muss ich auch aufhören. Ich hab keine Zeit mehr. Ah. Na gut. Andere will ich jetzt nicht mehr schaffen. Woher schlubb für die Feuerze. Feuer. Da hinten. Das hat der erste, was sie haben. Was ist er? Das ist alles gut. Das hat der erste, was die Feuerzeugekauf. Das ist doch nicht mehr. Das ist doch nicht mehr so. Aber das ist doch nicht mehr so. 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 Die Feuerzeugekaufgabe. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Aber nur hinlaufen. Zack. Und jetzt bin ich fertig. Spiel beendet und ich sage Ihnen, Dein Schöpfer zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auch nichts mehr dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Oh Jo, das sehe ich auch manchmal aus. Tschüss.